5 Brawler, hier wird mich aktuell sehr stark sind. Platz 5 ist Grom. Beim letzten Update hat Grom 2 Verbesserungen bekommen. Die Bombe ist Platz, dann verteilt es sich quasi in die Richtungen. Und wenn du in dieser Linie bist, dann kommst du da nicht raus. Und Leute, guckt euch die Star Points an. 2262 Damage. Platz 4, es ist Grey. Es ist Grey. Ihr macht ein Gadget, die Map ist offen. Ihr könnt euch einfach teleporten. Ich hab mit vielen E-Spoiler über diesen Brawler geredet, deren Meinung nach ist er der beste Brawler im Spiel. Platz 3, ich hab 5 Accounts. Jedem Account habe ich B schon Rang 30. Sehr guten Damage. Sie kriegt ihre Ulti schnell. Okay, Damage geht es aktiv. Schaut euch das mal an. Ja, 3765 Damage. Ja, Platz 2 ist Basta. Die Dauer der Ulti ist viel zu lange. Ja, er hat 7200 Leben als Tank. Ich zieh ihn ran. Macht so viel Damage. Also dieser Brawler ist der Wahnsinn. Vor allem die Star Power macht ihn so stark. Und wenn ihr das berührt, 4.320 Damage.